So, heute guten Morgen, heute ist mein Direktor Tum 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 Oit, oit! Ha! Hop! Los! Ui, jetzt hat er aber, na endlich, wird auch mal Zeit Party hier muss, oh... Verdammt! Oh nein! Oh nein! Nein, oh shit, da kommt die Rakete geflogen Hier klatschen sich ab die Kugeln Oh shit, oh. Los, 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 los. Okay, okay. Ja, pfff. Okay. Keiner versteckt sich vor mir! Oh nein. Okay, das war komisch. Das war ein komischer Schuss, ja. Gebe ich ehrlich zu, der war komisch. So. Boah. Wie halt die Faust aufs Auge. Boah, das... Stell dich mal vor... Nein, stell dich nicht vor. Das war ein ganz krank... Kranke Gedanken, die ich hatte. Hä? Wo denn? Wo denn? Fertig? Oh, da hinten! Ach shit! Och man, das wäre ja geil gewesen, wenn ich da durch die Treppen schießen hätte können. Ach shit! Ich könnte natürlich... Setz! Äh, hier, ne? Hallo? Nein, hier! Schau. Pfleak. Verdammt, jetzt hab ich keine Mutti mehr. Shit. Ist einfach nur dämlich. Hallo. Wo steck ich wohl? Oh, cool. Ein Kinaböller. Ist hier noch jemand? Nö. Ah, ja, 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 ja. Ja, witzig. Ei, mei, 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 das ging ins Ohr. Das ging ins Ohr, ne? So, dankeschön. Okay. Standortwechsel. Ich bin ein Geist? Oder was soll das heißen? Was soll denn das denn jetzt bitte schon heißen? Und wie komme ich da bitte schon rüber? Hä? Verstehe ich nicht. Und ein Zelt, wo nichts drinsteht. Das ist, ja, stimmt. Wie komme ich jetzt da rüber? Ehrlich. Ehrlich, wie komme ich da jetzt rüber? Verstehe ich nicht. Ah, sehr gut. Oh. Ups. Tjo. Ärgerlich. Ärgerlich. So. Ha. Ha. Aber jetzt dürft ihr mir echt verklickern. Jetzt dürft ihr mir echt mal verklickern. Ui. Da geht's halt tatsächlich runter, ne? Ach, ne. Ach, shit. Oh, verdammt. Haben die mich reingelegt. Oh ja, kleine Säcke. So. Jetzt. Ah, wahrscheinlich hier. Wahrscheinlich. Ah, wahrscheinlich bin ich einfach zu weit gelaufen. Wahrscheinlich bin ich depp einfach zu weit gelaufen. Wahrscheinlich. Punkt. Aus Ende. Daran liegt's. Boah. Krasse Lichteffekte. Die Grafik ist echt... Schick. Schick, schick. Richtig cool, ey. Hut ab. Hut ab. Was die... auf den heutigen Zeitpunkt da hinkriegen, das ist schon beeindruckend. Gibt's irgendwas cooles? Irgendeinen Typen zum Töten? Nein. Nein. Hä? Hä? Was? Nö, ja, ist okay, oder? So. Reserve locken, ja. Oh nein. Oh mein Gott. Das war echt unnötig. Das war echt unnötig. Das war echt unnötig. Jungs, das war unnötig. Unnötig, unnötig, unnötig. Gottes Willen. Immer mit der Ruhe. Willkommt eure Chance. Sieht so aus, als wäre die nächste auf der anderen Seite der Schuhe. Ha, 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 ha. Oh oh. Was? Hä? Wieso? Haben die mich gesehen? Oh shit. Oh. Das ist ziemlich uncool. Ich kletter einfach mal da hoch auf, dass ich nicht getroffen werde. Wie in den Filmen, wie in den guten alten Filmen, werde ich nicht getroffen. Shit. Okay, das war's. Boah, Schande, ey. Macht es bitte nicht so spannend. Papi mag sowas nicht. Nein. So. War's das oder gibt's noch mehr? Bin ich. Z, gedrückt halten. Tu mir mal, komm. Nichts gefunden. Ja, warum sollten wir auch was finden? Ey, woher? Echt jetzt? Wahnsinn. Da ist schon wieder so unnötig. So. Oh nein. Das sind hoffentlich jetzt bitte schon keine Typen, oder? Oh nein. Oh nein. Dreifach-Kill? Oh. Dreifach-Kill? Das ist cool. Wow. Leck mich doch jetzt am Sack. Leck mich doch jetzt am Sack, du kleiner Biene. Oh. Oh. Uhuhu. Uhuhu. Der war cool. Okay. Ähm. Ah, ich seh schon. Ich seh schon. Tja, da hat das Ding quasi zu trissen. Ah. Tja, und jetzt? Trifft sich mit der langstreckten Wüstengruppe? Klaro. Klaro. Aber sowieso hat es nicht besseres zu tun. Jawoll. Dürfte ich mal kurz wissen, wo die ist? Aha. Alles klar. Na, dann treffen wir uns mal mit der exzelligen Gruppe da. Oh nein. Oh. Oh mein Gott, war da schon wieder leckenknapp. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Meine Güte. Oh bitte, lass das mein Panzer sein. Gru... Oh. Was? Was? Tsss. Hehehe. Hehehe. Witzig. Hab ich jetzt mein Feuerchen? Hab ich jetzt echt mein Feuerchen gelegt? Versteh nicht. Keine Ahnung. Es ist... Neutralisieren. Klaro. Also ob wir sonst nichts zu tun hätten, oder? Ne. Wir doch nicht. Komm. Ja genau, unfähig. Unfähig ist immer schön. Stirbt einfach alle. Alle. Oh, da kommt der nächste gleich. Hahaha. 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 Schön. Hehehe. Oh, das war der Ricken. Der Ricken McBroken. So, also. Hier ist eine optionale Aufgabe. Ähm. Ah, ich bin doch eigentlich lieb. Ey, was läuft der nicht immer mit mir? Oh, shit. Ne, ich hab keine Ahnung. Der Feind ist da drüben. Ja, ja, das ist schön. Ähm. Optionale Ziele. Wenn ich wenigstens mein optionales Ziel sehen könnte. Weil ich meine, ich hab jetzt keine Ahnung, wohin genau oder was genau. Oh, nein. Woher? Stirbt. Stirbt alle. Boah. Maßgeschneiderte Kugel. Boah. Boah. Ne, also. Zu viel, man muss auch nicht mehr gehen. Hä? Bist du eigentlich ein kleiner... Heckenschütze. Kleiner Heckenschütze. Aber ich hab echt keine Ahnung, was ich hier machen muss. Keine Ahnung. Ah. Jam, 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 jam. Zuerst braucht er nichts mehr. So beschlürfen kann er jetzt. Ich hab leider echt keine Ahnung, wie und was ich überhaupt tun muss. Oh, nein. Stirbt. Ja. Oh, nein. Hier braucht man jemand eigenge... Maßgeschneiderte Kugeln. Ja. Boah, das wird langsam echt eine knappe Geschichte, gell. Also, langsam wird das echt eine knappe Geschichte. Langsam wird das echt eine knappe Geschichte, ne? So, also, hier sehen wir. Jetzt! Ja! Stirb! Na, endlich. Oh, nein, oh, nein, oh, nein. Okay. Okay, gut, wir müssen speichern. Wir müssen unbedingt speichern. So. Oh, nein. Boah. Ach, ihr seid doch echt witzig, oder? Tja. Nichts gegen ein Scharf schützen. Hahaha. Wie das wegbröselt. Oh, verdammt. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Was? Alter, wie bitte? Ich hab den wohl nicht irgendwie getroffen. Nein, hab ich niemals. Niemals. Niemals hab ich diesen Scheiß gemacht. Oh. Okay. Okay. Wir sind jetzt stealth. Wir sind jetzt, jetzt mal ruhig. Wir sind jetzt absolut stealth. Wir sind jetzt richtig stealth. Mehr stealth geht nicht. Mehr stealth geht jetzt nicht. Nee. Mehr stealth geht jetzt einfach gar nicht. Oh, ja. Sehr schön. Finde was. Was haben wir denn gefunden? Waffenteil. Schön. Toll. Richtig. Verbandskasten. Uh. Ja. Schnell speichern. Wir machen eine ganz kurze Pause. Vielen Dank für's Zuschauen. Ich hallo, ihr könnt euch mitbekommen. Wenn wir beim nächsten Mal wieder... Wir sind echt voll schlecht, ne? Wir haben eins von drei Sammelkarten gefunden. Sonst nichts. Hahaha. Wann, das war nicht. Danke für Sniper Elite 3. Für heute. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.